Ja, den Lug schicken wir erstmal hin. Na, jetzt kommen sie alle an. So, wenn der Boom-Tutglöck auch noch ankommt, habe ich, glaube ich, schlechte Karten. Deshalb mache ich das jetzt erstmal so. Weil ich Chester da in den Weg stelle. Plöpp, plöpp, plöpp. So, und dann den Zerberus an der Hand. Okay. So, das wirkt sowieso nicht besonders gut. Oh, mein Gott. Okay, mein 9. So, und dann greifen wir den Weg schon mal. Haha, critical. Oh, das hat sich gelohnt. Cool. Okay, mein Chester hat auch funktioniert. Ach, du Sch***. Okay, das hat zu gut funktioniert. Hammermäßig. Wie die hier reinhauen können. Unglaublich. So, und dann greifen wir doch jetzt schon mal mit Boom an. Ich glaube, für Jahre nehmen wir den hier. Jetzt werden wir den schon mal ein bisschen einengen da. Also super, böse, stark sind die Pegasus-Ritter glücklicherweise nicht. Gut, Janet macht die jetzt fertig. Ha. Gut, jetzt ist die mit den anderen auch oben auf. Äh, levelmäßig. Das ist schön. Wie, die, hörst du? Hey, ist der fies. Okay, gut zu wissen. Aber zum Glück ist das nicht so super, stark. Aber trotzdem, äh, ganz schön überraschend. So, dann machen wir jetzt Platz. Genau. Ja, ich glaube, das ist gut schaffbar hier, der Kampf. Ich weiß nicht, wie das mit dem Endboss ist hier, aber... Wieder gut mit Camila. Also bisher ist das eigentlich... ...recht gediegen, das Ganze. Ich weiß nicht, wie das ist. Ähm, den haben wir jetzt hier noch zum Heilen. Ich nehme mal Gär halt. So, jetzt kommt Chester. Sie macht den platt. Was? Ohohoho, das ist... Ach, das ist einfach echt beschämend hier. Wie lutschig meine Leute gegen die sind. Okay, das ist wieder cool, aber... Ja. Was soll ich denn noch zu den Bogentyps sagen? Komm, die May soll jetzt wegbomben. Ich mach den hier noch ganz schön zu dringend. Ich mach den hier noch ganz schön zu dringend. Ja, machen wir's mal so. Okay, die können also auch zweimal nacheinander. Ja, das ist auch gut zu wissen. Der Loot, der hängt ganz schön hinterher. Der ist ziemlich schwach geworden, muss ich sagen. Das finde ich nicht nett. Nicht so schön. Ähm... Ja, komm, dann lassen wir's gleich. Oder... Nee, ich glaub, wir lassen die erst mal rankommen. So, dann werden wir jetzt noch... ...die Kandidat für Heile nehmen. Ja, komm, machen wir mal jetzt mal Yaha. Ein bisschen verschwenden, aber... Naja. Dann ist der wenigstens wieder fit. Oh, und Levelaufstieg. Das hat sich ja trotzdem gelohnt. Und Last Level 4. Wunderbar. Nee, ich lass sie jetzt mal kommen. Dann kann Kasim hier auch mal aufdrücken wieder. Genau, kommt immer näher ran, meine kleinen... Opfer. So, jetzt müssen wir schon mal... ...die Heile drauf fallen. Oder einen Bolzen, was er gesagt hat. Hier sind wir... ...die Heile... ...die Heile... ...die Heile... ...die Heile... ...wie kann man damit auch... ...den McDougap hier... ...nachschau, da oben habe ich es mir noch dran... ...Was ist mit dem Dao Level 2 rein? Ok. Und Level 15 schon. Ich hoffe nur, dass der gleich nicht hier von dem Pfeilkollegen angegriffen wird, dass der nicht tut. Weil ich glaube, dann wird er mit einem Schlagflag fürchtet. So, die kommen da auch schon langsam angetanzt. Oh, und der verzieht sich, okay. Interessant. Ne, echt unglaublich. So, dann haben wir Chester nochmal. Ich weiß, das lohnt sich auch nicht so wirklich, aber wenn der gleich einen Pfeil abbekommen würde, dann wäre er glaube ich, ja, mit einem Schlag platt gewesen so ungefähr. Und darauf habe ich nicht wirklich Bock. So. Komm, den mache ich jetzt gleich aber fertig. Oh, da kommen wir. Ha, jetzt gibt's aber auch schon los. Ähm, okay, dann nehmen wir lieber einen Level 1 Spruch. Ja, aber trotzdem. Dann gebe ich den Pfeil. Den Ballmacht erstmal loszu. Ja, ich habe den Ballmacht. Wie. 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 Wie.